Hallo Isa, wie läuft es eigentlich mit den Sprechstunden bei ENK an der halben Lundeg? Hey Sophie, wie meinst du jetzt genau, die Sprechstunden am Elternsprechtag oder die wöchentlichen Sprechstunden? Was, da gibt es einen Unterschied? Kannst du mir das bitte mal erklären? Ja logisch, also beim Elternsprechtag ist es ganz normal wie bei jeder anderen Schule. Da kannst du mit deinen Eltern zu den Lehrern gehen und bei den wöchentlichen Sprechstunden hat jeder Lehrer pro Woche eine Stunde, zu dem du mit deinen Eltern oder allein hingehen kannst, wenn es Probleme gibt. Muss ich mich da anmelden bei den Lehrern? Beim Elternsprechtag nicht, aber bei den Sprechstunden schon. Okay, und woher weiß ich, wenn welcher Lehrer seine Sprechstunde hat? Das kannst du ganz einfach online im Web-Unters bei den Sprechstunden oder auf der Homepage nachschauen. Vielen Dank Isa, jetzt kenne ich mich aus. Bis da kein Problem.